Da muss der Heinz, Baba! Oh, dieser und weitere Lachflashs jetzt im folgenden, wie immer, vielen Dank an die ganzen Leute, die geklippt haben bei diesem verspäteten Best of März 2024. Let's go! Doch, guck mal, das hat sie getroffen. Da! Gib sie ihr, Rambo! Gib sie ihr, die dumme Sau! Ah, 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 jawohl! Ah, 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 ah! Ah, 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 Chrilsie! Ah, 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 ah! Ich dachte noch, man kann die nicht töten! Ah, 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 ah! Ähm. Ja, mir war... Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Oh, oh, oh! Then press your phone till we are open. Oh! Oh, 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 oh! Wenn jeder einfach alles verwenden dürfte, geben sie auch keine Vergewaltigung mehr. Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Der Sch... Der Schrei! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Dieser Hass... Dieser Hass-Move! Ah, ah, ah! Ist das gut, Alter? Dieser absolute Hass-Move! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Der Schrei, Alter! Was soll ich hier... Ich geh einfach mal in die Lounge. Hallo, Max, bist du da? Cool. Ja, hallo? Oh, Alter! Jetzt hatte ich kurz Angst! Ha, 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 ha! Üts, üts, üts! Oh, Jackie, zitz, trieb! Guck mal, oh, willst du ein bisschen Milch haben, Jackie? Züt, 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 züt! Damit die Kinder bequem die Treppe hinauf und hinabsteigen können Eine Schrankgruppe neben den Stufen entwerfen Die Schwesterkleidung aufbewahren Und Glastüren gegen Staub installieren Gegenüber des Schranks eine Schreibtischgruppe entwerfen Lernmaterialien platzieren Und so einen unabhängigen Lernbereich für die Schwesterschaft In der Mitte des Raumes kann ein Sofa platzieren werden Damit die Schwester sich ausruhen kann Wenn sie müde vom Lernen ist Nimm die Flora jetzt! Oh, Alter! Ich hab mit Flora die alte Echse getötet! Jawohl! Mad I jammer dort gleich über 80 Stunden Wette Woche, was? Jetzt merkst du mal, wie sich das anfühlt Hä, ist ja übelst das Scheißgefühl Du musst vielleicht auch mal reinfolgen Oh! Reinfolgen! Aber ich folge... Alter, willst du mich verarschen? Multibomber nimmt sie sofort wahr! Und meine 5 Nachrichten ignoriert die! Das ist ein Hassverbrechen, Alter! Ich folge jetzt rein, wenn da nichts kommt Die hat bestimmt nicht mal einen Lirt Da! Ich lese auch so den Chat, aber... Hört sie mich? Hört sie mich? Ich will mich auch noch nicht Nein, nicht... Hört sie mich? Warum geht die jetzt auf die? Oh nein, aber auf mich nicht! Sie lese den Chat, willst du mich verarschen? Jetzt wollen und dann gehst du unter die Dusche Da kommt dir ein Mock hoch, Alter! Haaaaah, uahhhh! Haaaaaaaaaaaah! Liebste voll der recht heiße! Haaaaaaaah! Wenn ich das sehe, ah, den Tonin... Haaaaaaaaaah! Fuck! Ist das stark, Alter! Ist das viel zu stark! Im März, der fickt dich nicht durch! Da musst du rein, wah-wah-mön! Haaaaaaaaaaah! Haaaaaaaaaaaaaaaaah! Haaaaaaaah! Alter, was? Bis zum nächsten Mal.